Was geht ab Leute und damit herzlich willkommen bei Ninja Kamui Folge 4. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Also bis gleich. Ciao. Hm, okay. Kennt er den anscheinend? Oder das ist einer wie er selber. Also der quasi austreten wollte. Ja, Mike. Mike hat es erwischt beim letzten Treffen. Oh, wie süß. Und er ist nicht drangegangen. Das ist bitter. Ah. Das frage ich mich schon. Ja, der Mike, der muss da aufpassen. Ja, das wissen wir. Das hatten wir ja auch schon gesehen mit den Waffen. Ja, die hat auch Bock. Ja, wahrscheinlich aus dem Grund, und die auch gestorben. So sieht's aus. Ach, die haben jetzt sogar ein Treffen. Ah, okay. 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 Was hast du da so viel Geld gekauft? Herr Herrmann, ich will Ihnen einen Teil der Technik für die Technik? Ja, bitte. Es ist noch ein Wort. Ich habe noch ein Wort. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe 100% von Citi gebraucht. Ich habe das 100% von Citi gebraucht. Ich habe das 100% von Citi gebraucht. Hast du gehört? Ich habe heute immer gesagt, dass die Heir ist. sind das für charaktere also das geht ja der kann so was nicht schlecht für den alten machen okay das war schon crazy muss man sagen der wohl vom letzten treffen nichts gelernt der sollten den alten opa nicht sauer machen okay ok seine frau ist der eine da der reaper vielleicht da ist er auch ich glaube das ist er tatsächlich also könnte ich mir vorstellen oder das ist der andere der abgehauen ist also die haben anscheinend sehr viele missionen gemeinsam erledigt ist das der moment wo die abgehauen sind weil die ja die mission nicht an oberster stelle gesetzt haben das war knapp der hegen jetzt nicht gucken ich glaube das ist er ja aber was mit dem passiert okay die wird anscheinend erwischt ja ja Was? ja wir haben schon gedacht dass es eine richtige festung ist also mal schauen okay das kann er da bin ich mal gespannt ob er reinkommt der joe nicht schlecht geil geht es die tochter verstehe ok mal sehen ob er dadurch kommt da ist jemand gerade über dich gesprungen und du hast es einfach nicht gesehen ja das ist schon oh oh ich dachte der darf noch nicht na das ist er so leute und damit kommen wir zum fazit von ninja kamen folge 4 war eine relativ entspannte folge wir haben ziemlich viel mitbekommen gerade so über die vergangenheit von hagen ja ich habe bock auf mehr ich hoffe ihr auch und wir sehen uns in der nächsten folge also bis dahin ciao